Das ist echt freudig, weil er sich nicht um die Gefrierung kümmern wollte. Tja, weißt du? Schwule Hunde bellen nicht. Sie ficken. Oder so. Scheiße, du hast recht. Weil schwule Hunde bellen nicht. Sie ficken. Das ist ein Zitat. Zitat, ja. Wollt grad sagen. Ja, von wem jetzt? Jan und Nico, oder wie? Ja, Jan und Nico, klar. Ja, gut, dann akzeptiere ich das diesmal. Ich bin gerade übrigens dabei, weiterzumachen. Zitate zu entwerfen in deinem Kopf? Nee, nee. Warte, die Hühner zu ficken. Ach, dein guter Popo Club. Was steht denn da? Blackie, was macht ihr mit dem? Sklaven und Staffner, die hungern mich aus. Er ist ein Mitglied im Popo Club. Der Sklaven hat man normal nicht gesehen. Popo Club. Schwule Hunde bellen nichts gegen Nico und Jan. Äh, Nico? Ja. Nico. Verdammt. Äh, oh mein Gott, du hast dein Lager ausgebaut. Was, ich hab mein Lager ausgebaut? Äh, wo ist denn hier die, äh, ja, ein bisschen. Wo ist denn die Gravelkiste? Kann ich mir Gravel nehmen? Glaubst du, ich darf ein paar Hühner kennen? Und wenn nein, wieso nicht? Und wenn nein, dann nehm ich sie mir einfach. 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 2. Ja? Glaubst du, ich darf ein paar Hühner kennen? Welches Level bist denn du? 27. Ja, dann mach halt. Oh, meine Güte, das leckt extrem. Es sind auch nur 20 Hühner, die dann sterben. Oder 50, ist ja auch egal. Oh, das leckt so extrem. Ich klicke auf ne Kiste, muss gut ne Minute, ne halbe Minute warten, bis die Kiste sich endlich mal öffnet. Ich glaub, ich geh auch mal Hühner töten. Voila. Ich erkläre Hühner töten für einen offiziellen Beruf. Ja, ich mach das gleich mal kurz. So. Gute Freunde, kann niemand trennen. Gute Freunde, sind niemand. Oh, ich muss mich mal ganz kurz ausfalten. Ah, hier ist der Gravel. Der John, der stinkt nach Scheiße. Ja, so soll das sein. Oh, ich kann nicht auf Kisten zugreifen. Geil. Ah, jetzt. Du musst warten, das ist das Problem. Ich weiß nicht, was die anderen gerade denken. Dann warten wir mal. So, ich hab gleich 4 Stacks. Wenn ich Staff aus der Kiste rausnehme, dann läuft das nicht. Ich hab gleich 4 Stacks verfüttet. Wow. So, jetzt kann ich Säuger aus der Kiste rausnehmen. So, 4 Stacks. Äh, 4 Stacks hab ich jetzt verfüttet. Alter. Aber noch nicht übertrieben, find ich. Ich find, da geht noch was. Denk dran, leben wie Larry. Wer ist Larry? Von Spongebob Larry. Achso. Könnt ihr die Folge nicht leben wie Larry? Nee, sorry. Ja, aber keine Kindheit. Trick 28 disconnecten. Einfach no childness. Ist so, Mala. Traurig. Boah, Elsa, es leckt gerade extrem. Traurig, Bruder, traurig. Ich muss jetzt gerade warten, um auf die Öffnung zu sein. Wetten, ich bin jetzt Level 40. Nein, bin ich nicht. Du bist schon 40? John, du bist ja doch der Älteste hier. Nicht der Jüngste. Also, ich fühl mich wie 80. So viel Kreuzschmerzen hab ich in der letzten Zeit. Boah, Alter, ich geh jetzt Hühner töten, komm. Das hat keinen Sinn. Ich bin auch schon Hühner töten. Ich bin gerade am Runterspringen und plötzlich poppt ein Fenster auf mit, ähm, mit, ähm, ja, äh, Tyler, wie heißt das? Aber wetten, wenn ich jetzt dumm runterspringe und sagt der Server mir, ja, du bist verreckt an Fallschaden. So, ich geh Hühner töten. So, reicht jetzt an Hühner töten, ich hab schon zu viele getötet. Irgendwo hab ich den größten Penis der Welt versteckt. Ich hab schon, äh, ich hab schon echt genug getötet. Ja, wie viel, wie viel Level hast denn du? 35. Warum levelst du so viel, Alter? John, du brauchst nur 30 Level, was machst denn du da, verpiss dich? Ja, ja, chill. Ich will. Was würdest du denn da unten noch töten, Alter? Hühner, ja, was sonst? Alles abtöten, was, was Beine hat rumlaufen kann. Ja, komm. Ich glaub, du hast deinen, du hast deinen Job gut gemacht als Töter. Als Slayer. Oh mein Gott, wie viel, Alter. Ja, ich hab das, äh, gib mir mal bitte den Stuff wieder. Achso, wie viel willst du? Dann würde ich ein bisschen braten. Achso, ja, dann, dann, äh, du kannst ja auch gern bei mir in der Kiste reinschauen, ne? Ja, ja, ich weiß. Da ist da auch noch genug drin davon. Ich hab hier, 7 Stacks, ähm, ungebratenes Hühnerfleisch. Ähm, Nigo, hast du auch, ähm, noch Akazienholz? Äh, lass dich mal gucken, glaub ich nicht, ne. Neu, wie wenig Cola hast du? Ja, die ist alle verbrannt. Die ist alle verbrannt? Nix rumverarbeitet, was geht mit deinem Leben ab? Ich verarsche, du hast echt, du hast echt kaum mehr, äh, Stuff? Hm. Ja, kenn ich. Das ist ja echt wenig Hühnchen. Ja, das hab ich ja, ich hab ja gerade ganz, ganz viel da reingemacht, du Vogel. Ja. Scheiße, du hast doch gesehen, ähm, als du rausgegangen bist, ne? Ja. Oder hast du drin... Oh, da ist ein Pferd mit ihr, Rastum. Wie wenn du ne, 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 mit dem Game-Mod so ne Hühnerbombe machst, ne? Hey! Allein schon, dass du mein Pferd angeschaut hast. Geht gar nicht, ne? Anschauen ist voll, voll wieder. Das mir ein halbes Herz Schaden gemacht. Und du mir auch. Hattest du ein Glückflunsch? Ihr könntest so ein Battle machen, wer, wer zielt jetzt die Herzen in schneller Zeit? Nein, nein! Ah! Rennfotze. Du bist eine Rennfotze. Laufschlampe, Laufsbusche! Eine Rennfotze, Alter. Eine Rennfotze, Alter. Es tritt dir auch nur bei, bei, bei Rennen an, also, äh, Dings, Formel 1 oder so. Rennfotze. Formel 1. Die offizielle Formel 1, Rennfotze. Soll ich mal mein DIA-Schwert, äh, versorbern? Ich seh's schon kommen, ne? Alter, Jan, komm, guck mal nach oben hier. Da, wo ich grad baue. Äh, du bist jetzt ganz oben? Ich bin noch nicht ganz oben, aber fast. Glaubst du, ich darf mir mal bei dir, äh, zwei Diamanten nehmen, weil, oder, gib mir mal zwei DIAs, weil, dann kann ich mir mal ganz kurz ein DIA-Schwert entschaden. Hast du nicht ne Endertruhe? Ne, hab ich ja eben nicht, wir haben ja keine Endertruhe. Boah, Alter. Ja, dann musst du leider hier nach oben kommen. Ja, ich hab aber das, ich hab aber Angst, dass ich wieder runterfalle. Ja, da sind keine Monster, es ist Nacht. Äh. Scheiße. Verdammt. Unter deiner Insel ist Nacht. Ich hab da grad ausgeleuchtet. Also, also wenn du mir jetzt noch, äh, Kohle bringen würdest, dann würde ich da auf jeden Fall niemals Nein sagen. Okay, warte, ich fahr jetzt kurz nach Hause. Ich fahr kurz nach Hause, Jan. Danke. Ich fahr kurz nach Hause und hol, wie viel Kohle willst du? Ach, Jan, wir brauchen aber auch noch was, ne? Ja, ja, ich weiß doch. Wie viel willst du? Was für mich geben kannst. Ein Stack. Zwei. Einer. Zwei, Kali. Wir brauchen auch noch was. Ja, wir haben ja genug, chill mal denn. Na, wie viel haben wir denn noch? Du hast doch, äh, in Schimmerkohle gebracht, oder nicht? Nein, hab ich ja eben noch nicht. Achso, dann mach zwei. Boah, Kali, du bist so freundlich. Schatzi. Diesen Kuss werde ich nicht erwidern. Ich hab keinen Kuss gesendet. Das war ich. Achso. Diesen Kuss wirst du auch nicht erwidern. Nein. Hab ich dich getroffen? Nein. Schade. So, das ist wenigstens mein Volumen. Tolle Frage, hab ich dich getroffen? Nein, schade. Los, stopp, schade. Ich muss übrigens bald, äh, bald weg, ne? Mein Vater kommt nämlich bald weg. Warte, das macht nix. Lappen. 6, 5, 5, 3, 2, 2, 2. 6, 5, 5, 5, 3, 2, 2, 2. Alex? Das ist deine Pinnnummer. Weißt du eigentlich, wie Can aussieht? Äh, auf Skippe sieht man ein Bild. Auf Skype hat er ein Bild drin? Ja, klar. Von mir. Von dir? Nee. Alter. Doch, doch. Alter. Glaube ich dir nicht. Ah, fuck it, da habe ich einen Fehler gemacht. Das ist bestimmt nicht von Final Fantasy, ne? Nein. Laut Geld. Boah, Alter, wir haben... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 Stacks Kohle, was willst du mehr? 9 Stacks Kohle? Er will 8 und 80 Stacks Kohle. Ja. Einer ist nie genug. Ich bemerke gerade, dass ich... Dumm bin? Gaben? Danke. Danke. Hast du gerade bemerkt, dass du schlau bist? Danke. Ja, das merke ich täglich. Ah, ich mach gerade kacke. Allein statt dafür, dass ich dir so viel Stein gegeben habe, solltest du mir dankbar sein. Dankbarkeit. Wuuu. Dankbarkeit anschalten. Doof. Deppert. Ähm, falsche Dankbarkeit. Ich sag nie, dass meine Sprüche lustig sein sollen. Das war es nicht mal wert, es zu sagen. Ihr seid so lieb zu mir. Ey, ich könnte euch echt potzen. Richtig. Stimmt, ich auch. Also wir könnten jetzt auch ein Schild aufstellen. Alex ist mega der Opfer. Der Baba. Ne, der Opfer. Sure. Ich bin der Pimp. Hm. Ne, ne. Ne, 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 heute nicht. Kali, das hab ich übrigens von dir, ne? Das ist ne, ne. Das ist ne, ne, ja, ich weiß. Ja, das hab ich auch von dir. Was willst du? Guck mal nach oben. Was willst du tun? Dich schlacken? Ganz einfach. Ich versteh die Frage nicht. Einfach schlagen. Oh, das hat chillig in den Wasserverleihung. Wird die Insel nicht vielleicht ein bisschen zu groß? Ne, 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 ne. Ich denke, ich könnte, ich sollte es dann irgendwann mal belassen hiermit. Aber ich muss dann sagen, meine Brücke sieht arschgeil aus. Arschgeil. Vor allem so, wie die sich noch stricken wird. Da wird ne komplette Windung kommen, dass sie über Peppys ehemaliges Haus drüber geht. Dann wird sich kein Faller geboten. Was? Pyramide ist scheiße. Ich hab ne Pyramide in unsere Insel gebaut. Cool. Pyramide ist scheiße. Passt irgendwie ein bisschen rein bei uns. Ja, ne? Woran könntest du fliegen? Ich wollte mir ein Dia sch... Kannst du mir Diaz runterwerfen? Nils ist weg. Niko? Nilsi? Niko? Ja, hast du die Kohle? Ja, ja, hab ich unten in die Küste. Hast du die Kohle? Kannst du die bitte hochbringen, wenn es möglich ist? Äh, ich hab Angst noch. Alex, du bist der schlechteste Sneaky Angreifer, den ich kenne. Hä, ich schleif mich da zu der Spinne. Kannst du nicht hochkommen? Aber da drüben hin. Das ist eine Sneakspinne. Ich hab Angst, dass ich gleich abgeschossen werde von unten. Ach was? Es ist Nacht, da kommen keine Monster. Ja, voll Höhenangst. Ah! Wieso muss ich eigentlich heute mal meine Oculus austesten? Du hast eine Oculus Rift? Nein. Hattet ihr schon mal eine getestet? Nein. Ich hatte mal das Glück, bei der CeBIT eine zu testen. Cool. In Hannover. Übelst geil. Aber es ist leider noch total verpixelt. Aber sonst ist richtig, richtig Hammer. Am besten ist nicht meine Achterbahn gefahren damit. Wir sind nicht von Haus aus verpixelt. Alex hat ja so Bock, dich runterzuwerfen mit dem Bogen. Ja, mein Haus ist verpixelt. Pümpfelig. Wo bist du, John? Ach, gleich. Aha! Aua. Wix gegen die Bogen-Skills. Nicht töten, nicht töten. Alter. Wix gegen die Bogen-Skills. Ein wahrer Käpt'n geht mit dem Schiff unter. Tschüss. Kalle. Mhm. Was hast du gemacht? Wow! John? Was denn? Ah, äh, Kohle? Hast du? Das war über... Ähm, verdammt, ich hab die Kohle jetzt nach unten gelegt. Oh, Alter. Ich bin netter Faggert. Ist so. Oh, Alter. Kannst du mir jetzt ganz kurz die... Scheiße! Ich bringe dir auch die Kohle dann wieder hoch. Das ist ein Scherz. Brody. Wo bist du, wo bist du? Ich bin genau neben dir gestorben. Ja, ich hätte eh keine Level. Oh, dear, Helm! Ja, du gibst mir die Scheiße jetzt erstmal fett zurück. Äh, ich hab gar nichts aufgesammelt. Der Satz. Du gibst mir die Scheiße jetzt erstmal fett zurück. Okay, Moment, Moment, Moment. Sammel alles auf. Das ist verhindert, Alter. Gib mir das Buch zurück. Ähm, Niko. Ich hol dir jetzt ganz kurz die Kohle, ne? Ja, hier. Ich denke, was ist runtergefallen? Kannst du mir ein paar Dias geben, bitte? Zwei oder so. Äh, Alex, Schuhe hast du womöglich. Äh, nein, hab ich nicht. John? Hm? Komm, aber vielleicht ist es nach unten gefallen. Ja, aber da war ich gerade. What then? Gib mir ne Poop Pack. Poop Pack Mountain. Oh, halt die Fresse. Ich bin auf dem Weg nach oben. Take me higher. Dum dum. Ich wär fast richtig gut gelandet. Oh, hab meine Schuhe. Ha! Alter, Sheriff wird sich wundern. Da liegen Gehirne drin. Wie viel sich hier verändert hat. Äh, gut, Alex, du hast glaube ich noch, ähm, Dings von mir.